Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, wir sollten uns mal was Neues einfallen lassen. Sie sollen alle glauben, der Mörder ist hier bei uns an der Schule. Sie sind die Schafe und wir die Wölfe. Wir erschaffen einen Mörder. Er braucht einen Namen. Der Wolf. Er trägt eine orange Skimaske. Gib ihm aus, seine Tarnjacke. Was hat jeder gute Serienkiller sonst noch? Wie wär's mit einer Kanone? Ein Messer wäre gruseliger. Das erste Opfer ist immer aus der Stadt. Um das Spiel zu eröffnen. Zweifellos, es ist perfekt. Denkt ihr, irgendjemand wird das glauben? Ich hab die E-Mail gelesen. Es wird passieren. Der Ersten haben sie ins Gesicht geschossen. Wer hat's an alle weitergeleitet, die er kennt? Ja, sagt. Mercy, da ist jemand. Hast du das von den Mädchen gehört, das vermisst wird? Vorsicht mit deinen Wünschen. Ich halte das nicht für einen Scherz. Dann bist du aber der Einzige. Ich meine, das könnte alles frei erfunden sein. Es ist jemand hier. In diesem Winter wird das, was als Spiel begann Die E-Mails werden wahr. Im tödlichen Hier ist irgendwer. Schreckenenden. Oh mein Gott. Randall! Und jetzt bin ich. ARD Text im Auftrag von Funk